Es ist ein Problem davon zu drehen, Mama. Hier ist normalerweise immer Action. So ist Venni, dann geh du mal davor und dann schicke ich dir ein paar mal ein Bild. Lächeln. Ach nee, warte. Ja. Ja. Das ist die neue Shopping-Experience. Ja, dann mach. Willst du das hier draußen noch machen oder drinnen? Drinnen ist auch Handynetze, ist das nur. Wird geschrieben. Endlich. Nee, der Weserpark ist wirklich, äh, wirklich toll. Ich hab hier schon ein paar Filme gedreht, Mama. Gleich siehst du, warum. Weil du alles hast. Alles. 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 Du hast noch so ein Ding hier. Ja. Dann lassen wir eben noch mal durch. So, jetzt. So, nur aber. Na, Mama? Ist das was? Ist das was? Ist das was? Riesig. 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 Ich liebe es. Ja. Ja. Ja, du hast hier. Ja. Ja. Ja, du hast hier. Ja. Ja. Ja, aber das ist Starbuck natürlich mal wieder. Normalerweise ist hier immer die Hölle los. Ich weiß da was. Ich weiß da was. Ja. Ja. Aber da steht Dankeschön, wir schließen. 8. 7. Ja, aber es war immer gut besucht. Komisch, ne? Versteh ich auch nicht. Aber das versteh ich überhaupt nicht. Weil die Schokolade da ist immer, immer, immer lecker. Ja. Egal ob ich das hier oder in Spanien. Doch, ja. Ist ganz nett gemacht hier. Na, hier. Ah, hier. Ich dachte. Na gut. Ja. Ich dachte, ich hätte aber erstmal einen, ne? Ja. Hier, Mama. Guck dir das an, hier. Diese, diese, diese Architektur, Mama. Siehst du das? Also was ist, es ist sehr riesig. Es ist nicht hoch, aber sehr, äh, weiträumig. Ja. Und breit hier, ne? Also wir haben wirklich nicht so eine schmalen Sachen, sondern echt enorm breite Sachen. Wo wollen wir? Ja. Wo wollen wir? Darf ich, darf ich kurz? Ja, ich warte bei dir. Ja. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Ja, ich komm gleich wieder.